ob ich glaub nicht weiß ich nicht der andere Typ kann verkaufen ich hab nicht einfach richtig rauf geguckt ich hab nicht auf den Bildschirm geguckt 3 aber dafür one hittet die nicht weil sonst wär's zu krass so 3 einfach die one hittet so richtig dumm und kann man es aus Kissen bekommen ja oder wahrscheinlich schon Granaten bekommt man immer aus Kissen egal was komm mal zu dir kennst du das von John Wick ich dachte der ist so Ultraskiller Nö einmal freigekauft weißt du war es nicht das? aber hat er sich wahrscheinlich echt freigekauft wir haben C4 einfach und das hier war ja ok oh das brauche ich man brauche Verbänder ich hab selber Verbänder das hast du mal C4 aufgehoben nein wieso es ist weg echt ich hab's auszusehen gedroppt und jetzt ist es weg ach so ja das ist ein Backe und wenn man es droppt dann ist es komplett weg dann bekommt man es nicht wieder du musst also schließen es ist ein Backe ok jetzt ist es drauf gehen oder hast du eine Shotgun wenn nicht dann loot erstmal weiter äh ne ich hab leider keine Shotgun guck mal noch Gegner dann schreie ich ah ich hab eine Shotgun für dich falls du noch brauchst ja ich brauche einen auf jeden Fall ich hab eine Jacke liegt beim Wald oder komm ich nimmst mit sind bei ja Headshot Fisch ah soll ich ihn holen das war sogar ah ich hab keine Shotgun achso unter mir ist der Boy gedanke ja da oben ist er er denkt er wäre cool ah dieser Levitance Headshot Bruder Double Pump Isda das ist mein Stammgewehr musst du immer noch unter mir oh was gibt er mir für Hits ach ja ich muss mir nichts nehmen Außer Alsbessen erstmal auf den Drone weggehen Geht direkt Bruder ok David Pump is nice hat einfach früher immer beleidigt dass ich schlecht geworden ist ich hasse aber damit kommt das so wenig schwere dafür liegen oder nicht nur mit immer schwere kommt dann funktioniert es ja wahrscheinlich schon recht es funktioniert nicht also dann ja da bist du da bist du kennst mich niklas dabei haben profi weiß noch früher wo wir alle rasiert haben ich hätte mir aber schon hier auf der kanzler dabei die man halt so schlecht ich habe mich so aufgeregt ich dachte dann liegt auf einmal so bis gar das ist das beste ich weiß nur doch das repi hätte ich nur hier fertig genutzt hätte ich jetzt aber gut hätte ich wahrscheinlich gerettet auch hätte Mutten. Uhhh headshot. Hab ich gesehen. Boi. Komm. Es gibt den so einen no scope head. Okay. Der eine ist dumm. Boi. Der war echt dumm. Der... Der Pusher am besten. ich wollte sagen wieso baut er nicht zu wieder unwürdige john wicks jeder hat john wicks außer ich wollte nicht spielen warum hat auch die doch da auch sehr viel warum gibt es so viele john wicks die aber schlechte und man deckt die ganze zeit die werden gut ist einfach damit niemand bekommt okay einfach so ich geh schon kennt es ist erst die dritte oder vierte sauen und das leben nur noch 20 leute also 19 ich kenne es sehr gut und da liegt einfach mal ein lama kennst du ich glaube das lama sportner ich glaube weil letztes mal hatten wir da auch ein lama weißt du noch 50 50 und das nicht mal 50 50 hat gerade geguckt aus der übrigen c4 ist wenn er noch ein chuck chuck drin ist muss ich liegen dass ein chuck chuck na ein leg hast du falle ja er macht falle das war überall aufmacht und da jetzt jemand reingeht warte so richtig auffällig so macht jemand ist unten kaputt und um es trotzdem noch eine falle wenn da jemand kann wenn ich dachte was haben geschossen ich war gerade playstation kennt das sind so richtig jetzt bobs kennst nicht ob aus geht kennst du das rechtlich in den monaten und alles alles ist ja sind ja der kommt einer mit ja er hat genug ich war verbraucht hat sowas von echt ist das schon weg ich glaube es ist aus okay doch nicht er ist aber er geht runter das ist ein finisher den am besten mit dem revolver schott gegeben voll bobs man voll bobs die fassen revolver ja wir haben wir hat dieser fall ob mich low bekommen hilfe er hätte ich da was falsch haben gekauft ist es fast gestochen also wenn ich mit dem wenn ich eine haftgranate habe und das matche vorbei ist dann spiel ich mit der welt oder gewinnt soll ich habe gerade ww2 verstanden habe gb2 ich habe schon die mpz er sich auch bearbeitung skis sind auch im start ist das unendlich bauressourcen auf porto ford fight ok es ist porto ford porto ford mal das porto ford einfach von hinten die man so gestorben wird vom sturm komm lass ich mal aus der saun gehen der stirbt glaube ich durch die saunen deswegen dass sie mal aus der saun da ist er erst rausgegangen er ist jetzt in das kleine haus er will sich hier ich glaube er hat sich gehealt er hat er hatte high ground ok der hat high ground er hatte high ground er hat high ground er hat baubattel des jahrtausends kennst du er will sich glaube ich immer noch hier rein die der 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 hat der 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 gequält oder schlatter habe ich schon oder kürzer er will ab obwohl du kein hit kassiert ist hat gleich mal kann man es nicht mehr ja ich glaube ich jetzt ach so okay ich werde sofort abfahren so bekommt wie habe ich das überlebt ich mache okay die macht zwei schaden ist schon nicht schlecht aber ich habe es überlebt ohne damit zu kassieren von den gegner bildbädel profi der alarme lud ist weg ab jetzt 61 holz zwei stein und 72 metall das empfehle ich ich glaube der andere hatte noch viel stein was ich aber nicht aufgesammelt habe ins haltschreisern an und leckermann wieso sind wir nicht nur gleich gegangen bei mir klingelt kennst du ich hatte nur 60 materialien erwarte sagt einfach schrei einfach ins mikro ich habe ja bluetooth verbunden hallo keine gegner oder ok da hinten wo ich hab dich gesehen wahrscheinlich ist es gibt jetzt auch ps4 turnieren warum habe ich mich da nicht angemeldet letzte woche war anmeldewoche er denkt sich jetzt auch so mein gott jetzt gibt es glaube man voll ins face er hat aber ding ins rakete aber ok komm ein wir machen was unten wie bitte nein er ist uns auch unten bob dieser voll bob ist so ein bob bob die bob erst mal hier ich würde es war so ein bob die bob das hat der boy gemacht das wäre so ein freaky für mich jetzt hätte ich elf kids warte ich nehme einfach jetzt das medkit weil ich es nicht mitnehmen kann und man will ja kein medkit den gegnern überlassen ja ok doch das waren zwei medkits aber trotzdem das eine baum ich hab null dingens verwendet nur materialien einfach bauprofisch ich hab den ich habe nichts ja die gar nicht so ein bisschen schlau ja die gar nicht so ein bisschen schlau ja die gar nicht so ein bisschen schlau ja ja ich bin da war parallel ich glaube sie sind will naja war auch eine falle ich denkst du siehst oh mein gott muss warum hat ein noob ein raketenwerfer wenn ein noob ein raketenwerfer hat wo ist er er ist hinter dir glaub ich da unten das war das man ihr musst du finnisch nehmen zu finnischen hau kennst du du findest wie viel dinge wie viel raketen hast du 52 das moment ist es nur den die da ist not pass auf kommt keiner ich merks boi die nur gehittet leider alle pros haben er ist in die falle reingelaufen wo er ist die falle gelaufen warum war er ich muss runter fiel meinen halbogen nicht auf er hat auch falle naja oh mein gott das das war ich glaube du sollst dich erst mal hier hast du noch einen taktak nee oder ist das nicht der war da der ist unter dir glaub ich ja der ist unter dir das ist wahrscheinlich so ein noob ja solo du oooooh hm 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 hm